Hi Leute, hier ist nochmal der Gio. Für alle, die jetzt das erste Mal so mit reinschauen, ich wollte mich erstmal kurz ein bisschen vorstellen. Auf ETCG kennt man mich unter dem Nick Giochi oder Giochi. Ich werde jetzt hier ein bisschen aktiver YouTuben. Ich werde euch ab und zu mal ein Deck-Profile präsentieren oder Turnierergebnisse, ein bisschen was zu den Turnieren erzählen, auf die ich war, da ich ja immer relativ oft rumfahre. Und ich hoffe euch einfach mal ein bisschen was bieten zu können. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert. Ich habe auch schon einige bekannte, sage ich einfach mal, Freunde so, unter anderem den Goodyear 2010 und den Mr. Mystic Tomato, aber auch so ein paar gute Freunde von mir wie der Divine Psy, die freuen sich auch über Abos und ich hoffe einfach mal, dass ihr mir fleißig schreibt. Danke!